Ich bin ready! Ich will das Brüder! Ich will auch! Ja! Ja! Wie heißt denn das? Dunkle Brüder! Was? Wer ist das? Ich seh die Dolche nicht. Dunkle Brüder! Die redet schon wieder! Die will uns schon wieder auf den Sack gehen! Oh, nice! Streichelt die denn in den Sand, eh? Hey! Die will einfach nur ihre Suppe rumrühren! Ja, wo ist denn die Suppe? Guck mal, die drüben Hühneraugen, eh? Das ist doch diese Füße! Die ist auch verflucht! Erstmal sch- Uh, Memo! Boah, dafür bezahl ich sonst! Boah, die Hühneraugen, eh! Jack Sparrow! Höh! Höh! Der ploppt einfach in mich auf, Alter! Ich war grad am Stalken, Junge! Ach stimmt, den haben wir ja mit hergenommen! Hab ich total vergessen! Das war unfair, eh! Aber das war schon! Nein! Warum ist denn wieder so eine Entscheinung gerade, warum ist denn nicht… Warum ist denn nicht… Davy Jones! Wie kannst du all das wissen? Das Pendant... Das Pendant? Du kannst nicht sein. Nein... Diese Zeit war es, was du zurückgebracht hast, Jack. Wow! Das ist Kalypse. Seifflasenwandel! Seifflasenwandel! Und während ich deine Fragen habe, bin ich vivo oder bin ich nicht? Ich sehe wie ein Geist. Ich kann sein Invisible sein. Aber ich kann immer noch meine Beziehungen. Das Meer des Thieves ist ein Ort. Es bestäht viele Gäste, sogar auf dem Boden. Das ist warum ich hier folge die Black Pearl. Um zu schützen diese Flasenwandel aus Davy Jones, und das, die ihn folgen. Das sind alle Antworten, die ich habe. Jetzt musst du aufhören. Jetzt musst du aufhören. Davy Jones wusste, dass die Piraten dieser Welt die Tretten ihren Lands hat. So er hat ihn mit seinen eigenen Darken Version von der Gäste, von der Gäste. Er ist von diesen kräftigen und kräftigen Menschen, die sich für die See of Thieves verletzieren. Wenn er die See of Thieves verletzieren, sein Macht wird größer als immer mehr. Immer. Das ist das, warum ich lieblich nach alten Trinns zu gehen. Sie haben so eine sehr kräftige Hände. Aber wenn Chance ihn mit seinen Trinns für Tee hat das bedeutet, dass wir wissen, woher zu finden ihn finden. Und, bei der bei, mein Tretter. Sie sprechen die Wahrheit. Und, seitdem du immer die Schlüssel zu seiner Fortress hältst, mit meinen Schildern kannst du dein Weg finden. Denk auf was du willst, Jack Sparrow. Das wird dir die Weg zeigen. Die Weg. Wie tief? Sie und tief. Geil. Er kommt mit. Ja, aber der soll mal richtig mitkommen und nicht nur als Geist, ey. Was soll die Scheiße? Das zählt nicht. Der ist einfach ein Hologramm. Das zählt nicht. Woldemort. Jawohl, hör mal. Primes da Brot Weiß. Mach keinen Scheiß, Alter. Primes da Brot Weiß. Kommt sofort. Krass, hab sie nicht erkannt. Es war so schön, Bernie wieder zu sehen. Ich hoffe, er hat sich ein bisschen gefreut und wir sehen ihn bald öfters. Der wartet bestimmt aus unserem Schiff, oder? Ja. Ich geh mal eben das Schiff wieder um. Ja! Das heißt, wir müssen seinen Schatz holen. Genau. Zieh den schon mal die Buchse an. Wieso hat der Idiot denn auch den bei JV Jones gelassen? Das macht auch gar keinen Sinn. Hat er doch nicht. Der wurde doch geklaut. Achso, wurde ihm geklaut. Ich dachte, er wäre auch auf dem Schiff gewesen. Hat er einfach da abgelegt. Nee, die haben ihn doch geholt. Ah! Ja, jetzt. Nee, der Treasurer. Der war mit ihm. Ach, da steht er am Steuerrad. Der fährt uns einfach jetzt. Oh, der hat uns... Der hat Proviant reingeballert ins Schiff. Ah! Ja! Alter, die Mucke! Wir fahren zu... Wir fahren zu... Wir fahren zu Jones Festung? Jones Festung? Ja, wir... Der hat ne Festung? Oh, wie geil! Ja Leute, seid ihr ready oder was? Nehmen wir jetzt belagern oder was? Die Brüder. Die warmen Brüder. Attackiii! Attackiii! Wo müssen wir denn überhaupt hinfahren? Ja, da muss er nen Kompass sagen. Achso, er sagt uns, wo wir hinfahren müssen, ja? Mermaid's Hideaway! Lass schon mal die Kanonkugeln. Mermaid's Hideaway, oder? Da müssen wir hin. Nein, glaub ich. Oder ist es? Er sagt gerade was. Ich glaub, er erzählt einfach nur so im Sinne, dass er mal da war. War der sicher? Reapers Hideout. Ah! Er guckt sich grad die Karte an. Old Faithful Isle müssen wir erstmal hin. Faithful Isle. Ei. Ei, ei, ei. Dorthin geht's als nächstes. Ei, ei. Ich eile. Zum Eil. Wo, 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 in welche Richtung müssen wir für Old Faithful? Wieso Old Faithful? Guck, ähm. Guck, ähm. Guck, ähm. Letzte Seite, da siehst du's. Okay, warte mal, wo ist denn das, ey? Old Souls Atoll haben wir. Dann haben wir, äh, Old, Old. Old, Old, Old. Wo ist denn hier Old? Hier ist alles neu. Hier ist nix Old. Old Faithful Isle. Norden. Norden. She's no Pearl. What does I do? This is no Pearl. Dann brauch ich ein bisschen Segel. Norden, Nord-Ost. Seijo. Kommen. Wir sind unterwegs. Auf geht's. Run. Attack here. Achso, wir müssen hier runter, ne? Let's go. Reicht das so? Passt das so? Captain! Jo. Oh, was haben wir denn Dach für ein Schiff? Was denn da? Team. Wo denn? Ein Zweimaster von Menschen. Wo ja? Rechts. Links zu unserem. Steuerbord. Links auch. Oh ja, ich seh, ich seh was. Rechts, ja. Waren wir schon nach Norden gerade? Ja, ich muss so an den Felsen aber vorbei. Wir machen mal nichts, ja. Wir machen mal gar nichts. Oh, die haben schon, die haben schon die Säge von der Black Pearl bekommen. Die kann man nämlich auch freischalten, das ist übelst geil. Aber hat die nach Bähn nicht? Ach doch, die haben wir auch. Loll. Du hast recht, wir sind auch ein Black Pearl. Ne, warte mal. Ne, 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 ne. Ich glaub, die anderen Säge sind noch ein bisschen zerschümmelter, oder? Ich weiß nicht. Ja, ja, wir haben die, wie gesagt, wir haben nicht die Flying Dutch mehr. Wir haben die, äh, voll... Das erste Schiff von Jack. Ah, okay. Das erste richtige Schiff von ihm. Okay. Die umschiffen uns auch. Die Freiheit, wie es hieß, ich weiß grad nicht mehr genau. Sind da, siehst du die Leute da? Ne, ich kann nichts erkennen. Ich bin nur noch die Interceptor. Die haben die Piratenflagge. Ne, ich seh sie nicht. Die haben irgendwie da oben, ne, ich glaub, die haben ja grad, sie sind auf eine Aufgabe. Die haben noch irgendwie so eine Händlerflagge, oder was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Hm, okay. Ah, okay. Auch Säge ein bisschen nach links, ne? Warte mal. In den Wind mit den Segeln. Ihr könnt auch das Segel vollsetzen, ne? Also ich, ich mein, die müssen wir dann einfach nur sagen, wenn irgendwie ein Felsen oder so was schon ist. Ich glaub, so viel mehr Geschwindigkeit haben wir dadurch jetzt auch nicht, wenn wir das Segel voll machen. Ich fahr jetzt erstmal in den Wind rein, die Segel. Müsste die Bündnisflagge sein. Oh, okay. Kann man das auf der Karte sehen, ob jemand ein Bündnis machen möchte? Ja. Ich guck mal kurz, ich guck mal kurz. Oh fuck. Ich hab mich verlaufen. Ne, also da ist kein, ne, ne, also wir haben kein Emblem von denen. Äh, weiter, was für ein Glück. Was denn? Ich bin rückwärts aus dem Nest gefallen, aber bin auf dem Mast gelandet. Ist nicht schön. Oh, Sturm voraus, ne? Oh ja. Ich glaub, es wird gleich ein bisschen holprig hier drin. Ist das da hinten rechts das Ziel, was wir wieder sehen, oder was? Oder ist das was anderes? Ne, ich glaub, das ist was anderes. Das ist was anderes, ja. Der Norden ist weiter links von uns, eher von der Blickrichtung von dem Link. Oh, da wo der Blitz runter kam. Mit Jack an deiner Seite hast du den Schlüssel, um zum Herz der Sorgen zu gelangen. Ach du Scheiße. Wenn du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das nicht lang geht? Komm, das ist mal der Blitz runter. Wir müssen auf jeden Fall wieder irgendwelche in die Termine und so. Wie gesagt, lieber Chat, wenn ihr bescheid wisst und so, könnt ihr gerne sagen, wenn wir eben was übersehen haben, oder wo wir noch genauer nachschauen, oder wenn wir an einem Ort sind, dann könnt ihr einfach gerne sagen, schaut hier nochmal genauer nach oder so. Aber bitte spoilert nicht irgendwie irgendwelche Orte von irgendwelchen Secrets oder sowas. Das wär halt gut. Hä? Jack ist in Wasser gesprungen. Hä? Ja, ja, sagte ihr ja. Wir sind im Überraschungsmoment, da wir nicht beschossen werden. Oh, Vorsicht, scheint voraus hier. Ja, ich seh's. Oh, wir ballern voll drauf. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir Löcher unten? Ja. Ich glaub, wir werden jetzt noch mal die Bretter ein bisschen brauchen. Brauchst du Hilfe? Und die Segel müssen rein. Säge, komm rein. Oh mein Gott. Ähm. Wir kommen hier nicht raus. Doch, 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 passt. Ich hol die Segel rein. Ich hol die Segel rein. Ich hol die Segel alle rein. Ey, der Booster ist heute besoffen, Chat. Ich glaube, der Booster ist heute viel zu großzügig unterwegs. Dankeschön für deine Zehnverschenden. Vielen Dank. Ich lese nachher vor, wir sind mitten in der Mission, aber vielen, vielen Dank, Booster. Küsschen, Küsschen, Küsschen. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Let's go. Brauchst du noch Hilfe? Ne, alles gut. Nur ein bisschen löffeln. Okay, nice. Rausgelöffelt. Geschafft. Was müssen wir machen? Sind wir hier richtig? Ja, ich denke mal, dass wir hier gleich an Land gehen können. Das ist ne Höhle, oder? Ja. Ich will hier nur links, äh, hier links an dem Pelsen... Okay, okay. Sag, wenn du irgendwas brauchst. Ja, seid ihr denn zurückgeworden! Ei, ei, Captain! Ja, seid ihr denn zurückgeworden! Ähm... Alter, Chase! Leute! Wir haben Sonntagabend, halb eins. Das geht so nicht. Ich ruf die Polizei. Dankeschön, Paddy, auch für deine Zehen verschenkt an der Maxi Dr. Y. Fletcher Mobs Garden Puncher. Äh, äh, Aranea, Blumidia, Banshee, Taschentiger, Sunshine Trials und Kegain. Vielen Dank! Vielen Dank, Luke! Du hast die Schatzsuche rausgejagt. Dankeschön, Paddy! Dankeschön! Und guten Abend! No Money! Hallöchen! Ich glaub, da können wir rein, oder? Lampen sind aus, Lampen sind aus. Lampen hab ich vorhin schon ausgemacht. Ey, ich liebe dieses Spiel, Mann! Dann haben wir bitte die Segen komplett hoch. Die Segen sind komplett oben, die sind oben. Ne, 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 das Hauptsägel ist, hab ich ein bisschen setzen müssen. Sonst hätten wir uns ja gar nicht bewegt. Ja, warum färben wir denn auf, Junge? Du fährst einfach auf. Ja, weil ich grad das Segel hochgezogen hab. Darf ich jetzt Anker machen? Warte, warte, erst noch ein bisschen drehen, erst noch ein bisschen drehen. Ja, passt doch! So, jetzt? Jetzt, 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 jetzt. Okay, ich glaub, jetzt haben wir uns gut versteckt. Ich glaub, das sollte passen. Nicht mal, wir finden uns wieder. Okay, haben wir alles unten safe, oder was? Ja. Okay, nice. Wie sieht's aus? Wollen wir los? Würde ich sagen. Ernsthaft jetzt? Loadout-technisch aus? Okay. Was denn, was passiert? Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ich muss gerade was klären. Mach das krisch. Ich kläre nur was. So, zack. So, ich bin ready. Habt ihr Munition? Habt ihr Essen? Habt ihr alles? Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Okay, sag mal, wenn ihr ready seid. Als wichtige Info, wenn ihr das erste Mal rutscht, haltet D gedrückt, damit ihr das Archiv mitbekommt. Okay. D gedrückt halten, wenn wir das erste Mal rutschen. Das passiert auch bestimmt außen nichts, oder nicht? Wahrscheinlich. Wir merken uns das einfach mal. Falls wir rutschen. Also, ich bin, ich bin soweit. Ja, warte, lass uns mal eben rutschen. Jones beherrscht bereit das versunkene Königreich und sein Schatz gewährt ihm mehr Macht als jede andere Seele. Er beschwor die dunklen Brüder, um seinen Marmen zu kämpfen. Die Sirenen werden für das Herz von Davy Jones singen. Okay, Korallenburg, ja. Muss den dunklen Brüdern Einhalt geboten werden. Um die Freiheit des Piratenlebens zu wahren, muss den dunklen Brüdern Einhalt geboten werden. Okay, wir sind da. Wir sind richtig. Okay, Jungs, auf geht's. Wir schaffen das. Wir schaffen das, ja. Ja, 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 ja. Mit dem Wetter sollten wir aber auch wirklich gut machen. Ich glaube, hier ist immer scheiß Wetter, oder? Hat jemand, hat jemand Licht? Ja. Ich glaube, ich habe nur... Ah, hier können ja alle nicht gehen. Ah, das sieht so cool aus. Können wir das schaffen, aber natürlich können wir das schaffen. Rollen. So. Müssen wahrscheinlich irgendwo einfach den Eingang finden hier, ne? Eigentlich mal. Das ist jetzt unfair. Ja. Wie ne Tropfsteinhöhle. Ichu! 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 Sind schlechter aus hier. Ich glaube, wir sind genau an diesem Haupteingang vorbeigesehen. Hier ist quasi hinten. Irgendwie. Ja, das kann durchaus sein, ja. Aber wir müssen einmal rum. Ich hoffe nur nicht, dass die unsere Rätsel wieder irgendwie gemacht haben, oder so. Aber ich glaube, dass es mir tatsächlich wert, dass wir einmal rumschwimmen. Ja, sicher, sicher. Ja. Später kommen wir zurück, Schiff nicht mehr da. Vor allem ist das einfach vollgepackt, ey. Oh, schön. Komplett voller Scherze. Zu viel Mario Kart weg. Au! Oha, was ist das hier? Ui. Ich glaube, wir haben sich sehr viele im Sturm verirrt. Ja, das hat noch schlechter geparkt, als ich. Ah, das ist richtig. Das lag aber der Crew. Weil der Crew tat der Insel. Könnte tatsächlich leider passieren. Meins wurde versenkt, wenn ich drin war. Ja, alles gut. Guck mal, da kommt schon eine Mähung. Frauen... Mann... Frau... Mähung... Mähung... Innen. Mähung... Innen. Oh, was war das denn? Die Hörner von Gondor. Ach du Scheiße. Okay, lass mal die Lampen aus. Oh mein Gott, sie werden singen, wurde gerade gesagt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Singen oder singen? Ne, singen. Die Sirenen werden singen für die dunklen Brüder, glaube ich, war es. Oder für Davy Jones, ich weiß gar nicht. Warte mal, ist da jemand an Bord? Da ist keiner an Bord. Jeden nicht, aber jetzt. Da ist keiner an Bord. Alter, man kann hier durch den Stein, holy shit. Hier, das machen gerade die anderen Leute, die drinnen sind. Okay. Das heißt, wir versinken jetzt deren Schiff. Ich könnte es zum Brennen bringen. Ja, ich auch. Aber gut, die Welt rauskommt und das gleiche machen, ne? Aber warum die finden unsere Schiff doch nicht? Sollen wir machen? Ja, los. Die sind da gerade eh noch drin, wir können ja jetzt nicht rein. Also können wir bestimmt, aber... Wie holt man sich die Kugeln aus? Alter, wir machen einfach ankerlos. Radkugeln mit X. Auf X stecke ich weg. Nein, du musst... Ja, man könnte ankerlos machen und einfach los. Bei mir steht E wo auf Gegenstände. Wenn du Q gedrückt hältst. U und E. Ach, Katsache. Ich schwimme jetzt da rüber. Kommt ihr mit? Einer, ja. Für all die Momente, wo wir ausgenutzt wurden. Wir sind die dunkle Bruderschaft. Siehst nur aus, ne? Äh. Ableckung. Ableckung. Die Ableckung. Alter, die Wellen, Junge. Wir sind schlecht. Junge, ich sehe gar nichts. Da ist es. Haben wir irgendwo hier Haie? Ne, ich glaube nicht. Wir lassen sie sehen hier mit ihren eigenen Kugeln. Alter, wie hoch, Alter. Das ist so krass. Hey, ich komme hier gar nicht drauf. Doch jetzt. Heftig, ey. Ist jemand, nö? Wir haben die Lampen brennen lassen. Also lassen wir das Schiff brennen. Also im Prinzip reicht es ja schon, wenn wir die Segel bei denen hochziehen. Ich werde mal hier unten ein bisschen Feuer legen, ja? Die haben schon was da drin. Boah, da hat doch kein Feuer. Wir haben eine Konditionskiste hier an Bord. Aua. Ich glaube, das war nicht gut, was ich hier mache. Hier ist noch ein Meerjungfrau-Kristall. Haben wir irgendwie hier, äh, falsche Bomben? Oh, fuck. Das ist nicht toll. Ich habe ein bisschen Feuer. Also die haben ein Meerjungfrau. Oh! Ja, das sind die richtigen. Brennst da unten jetzt? Ja. Und nehmen wir einfach die, äh... Ich nehme mal Anker hoch. Oh! 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 Oh roh schau mal! Ich brenne! Vorsicht, ich verbrenne mich. Weil... Weil Leno hat einfach... gideck haben die geschmissen. Alle hier fahren. Sie schafft das noch vorbeizusegeln. Warum? Jaaa weil ich gerade nicht mehr einlenken konnte man. Ne... Das ist doch voll in Ordnung. Dann sind die jetzt dann auf, ääh... Wo kann ich denn das Wasser hier holen? Wo kann ich hier zurück, bevor ihr mega weit einen Weg zurück habt? Ja, scheiß drauf. Was passiert jetzt hier? Das Feuer geht einfach aus. Das war nicht so schlau, das oben zu machen, das Feuer, wo es drauf regnet. Hä? Aber zwei sind unten eigentlich. Seid ihr jetzt einfach runter gesprungen? Ja, zwei waren aber oben eigentlich. Die werden sogar so mit dem Schiff nicht mehr hinterher kommen groß. Das wird irgendwo auflaufen oder von der Dinges raus. Ich beam mich jetzt zu unserem Schiff. Ja, ich auch. Das Schiff spawnt einfach zu Hause. Ich dachte, jetzt machen wir hier richtig disco und so. Ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wenn die Leute unser Schiff entdecken, dann würden die genau das gleiche machen. Ja, safe. Ihr wisst doch, wie die sind, Alter. Ihr wisst, wie die alle hier sind. Da darf man einmal kurz mal eben kurz zurück sein. Auch wenn die jetzt nichts mehr mit zu tun haben, aber... Die würden es genau so tun. Das würde jeder machen. Und wir haben das sonst noch nie gemacht. Ich war anfangs auch noch so nett hier immer und ich wurde immer gebumst. Immer. Oh nein. Was ist das denn hier? Oder sind... Oh. Sieht aber schön aus hier. Ui, 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 ui. Ja, hier. Hier. Ja, wir sind hier. Okay, wir kommen kurz raus. Wir kommen kurz raus. Ich bin hier bei euch. Okay. Habt ihr Essen? Habt ihr alles? Ja, ich hab alles. Alles klar. Let's go. Doch nur nicht, dass jetzt die Rätsel, äh, noch nicht resettet worden. Schau, ich sag. Was passiert ist, das hat mich in einen anderen von Jones' Stronholz früher. Wollt ihr auf? Ja, lass uns hoffen, dass er sich nicht verändert hat. Der geht durch. Mach auf. Ist das sein Glas? Ja, wie? Ja, ja! Die Uhr. Sch, 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 sch. Liebesgeschichte. Erwidert es, bitte. Ja. Ja. Oh, ich bin eingeschlafen. Wie schlecht da getauscht, ey. Ich liebe das Lied. Ja. Vor allem einfach, als ob es eine Liebesgeschichte und dann guckt er nach rechts und dann sucht er hier so wie Monte dran. Was? Zeit für den Tauchgang? Aber sollen wir einfach hier so weiter schwimmen, sollten wir nicht irgendwie, ich weiß halt nicht. Sollen wir uns jetzt schon umschauen oder, nein, wegen Secrets? Ich hab keine Ahnung. Also wir können dann mal kurz hier rein schwimmen und gucken, was hier noch durch ist. Alter, wie krass das aussieht. Voll geil. Hebel. Luk hat gesagt Hebel, oh ja, hier. Hier ist ein Hebel, zurück zum Schiff. Annehmen. Hier Hebel benutzen. Wie? Kommt das Wasser ab jetzt, oder was? Hab ich auch was gedacht, aber nee. Da ist noch ein Hebel, da ist noch ein Hebel. Wo? Hier, da kam ein Hebel. Ey, hier links auch, oder? Ne. Doch. Da. Da, ja. Ja. Ich finde, wir werden es jemals ganz dunkle Brüder, alle Wandbilder der Sirene und untersuche sie. What? Was bedeutet das jetzt hier? Da oben. Hier, guck mal, da ist ein Hai. Da. Aber warum summen die jetzt gerade? Was? 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 Die richtige Reihenfolge. Nee. Hier ist noch ein Hebel. Aber wie ist die Reihenfolge? Hier ist noch ein Hebel. Aber wie ist die Reihenfolge? Man muss es ja alleine machen können, oder? Man muss es ja alleine machen können. Das sind Secrets, wird bei mir gesagt. Ja, da muss ich die Reihenfolge sein, weil gleichzeitig geht ja gar nicht, wenn du alleine unterdrückst. Na ja, eben. Aber wie finden wir aus, ob es die richtige Reihenfolge ist? Warte mal. Mach mal den dann erwähnen. Mach mal. Seht ihr irgendwo ein Wandbild? Ja, warte mal. Ich glaube, wir müssen auf die Melodie hören. Was? Kommen andere Melodien, wenn ich jetzt zum Beispiel an den ziehe hier? Ja. Ja. Seht ihr? Ja. Und hier? Ja, warte mal. Der muss zuerst. Der muss zuerst den Nourad gezogen haben. Dann muss man erwähnen und dann muss ich. Okay, ich mach den anderen von dir. Nach erwähnen. Ja, aber da ist jetzt keiner bei dem, der zuerst gedrückt ist. Ja, ne. So, dann ist es okay. Achso. Du bleibst ja. Du bist doch gerade hingefahren. Muss ich jetzt bei dem hier? Muss ich jetzt den hinziehen? Mach mal. Mach. Doch, doch, doch. Ja? Jetzt ich, oder was? Stopp, 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 stopp. Der müsste wieder oben sein jetzt bei dir. Genau. Pass auf, ich fang jetzt an. Ja. Hast du das Wort reingeloppt? Okay. Okay, war das doch falsch? Das war doch falsch. Mach mal dein zuerst Curry und dann dann Lennon und dann ich. Okay, okay. Kann sein, dass wir die gerade eh nicht hatten. Kann sein, dass wir die gerade eh nicht hatten. Einfach. Wir hatten es gar nicht richtig. Ne, jetzt ist es richtig. Ja, dann kommt der Hai da. Okay, dann. Okay, dann. Schreibt euch das auf. Oh ne, das ist aber low, oder? Nein, nein, nein. Wir merken uns das jetzt. Im Notfall könnt ihr ja immer noch aushelfen, Chat. Das was leuchtet, ja gut. Das ist ja der Hai. Hai. Aber warte mal, wo müssen wir das denn jetzt weiter verfolgen? Das verwirrt mich halt. Achso, hier sind wir ja reingekommen. Das wird im Laufe des... Wir müssen auf Hebel achten, Leute. Das ist wichtig. Okay. Auf jeden Fall auf Hebel achten.